Der Code ist K-L-S-D-Q Nein, es ist ein X-Q-Fogel Und damit herzlich willkommen zu Immerga Zusammen mit dem Quatsch-Tante Conny ist jetzt dabei Mit Leon, Lexi, Marco und Tobi A.K.S. Cybertron Genau, und der spielt hier drin Fähnrich Genau, so, mehr muss ich nicht sagen Die Taschenlampen, die nerven mich extrem In diesem Spiel und da ist schon jemand tot Okay, das ist Conny jetzt Ich habe eben gerade Also, Liam ist an Weapons dran Ich gehe vorbei, Conny geht auch zu Weapons Ich gehe nach unten navigieren Conny kommt nicht nach unten Licht geht aus, ich gehe nach oben Liam ist tot Ich glaube, Marco ist es Warte, hallo, lass uns Ich glaube, Marco Ach, dass Conny auch was sagt, ne? Ne, Conny redet Der Conny hat direkt gewartet, der ist jetzt einfach nur... Ja, der hat es weiter gewissen Er hat, weißte, er hat vorhin ist der Conny Er hat, weißte, er hat vorhin ist der Conny Conny, erzähl was Er ist vier Votes draußen Ja Ja, aber ich habe nicht für Conny gewartet Oh, hey Conny, du hast sehr gewartet Du hast sehr gewartet Ich habe für Marco gewartet Hättest du dich nicht selber gewartet? Es gibt ja das, glaube ich, locker überlebt Ja, hi schon Conny Ja, das ist so random Wie kann man denn auch da oben gehen? Digga, ich war ja eine oben da Was nicht ausgelangt Ich denke, ob er überhaupt tot ist oder nicht tot ist Warum tust du mir das an? Ich wollte hier erst mal meinen Hut anstellen Ja Ich habe mich völlig mal verletzt Du wolltest den Hut anstellen Du hast einen Schaden 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 Karotte S Ich sage es Voll gut Das ist wirklich funny So, die sind zu zweit Machen da die Maschine Alles klar Das Licht Das ist natürlich wieder Zum Trash da Och nein Das liegt schon wieder Das liegt schon wieder Das ist schon wieder Conny Das ist schon wieder Conny Hä, warum Die selbe Situation nochmal Eins, zwei, zwei Hä, wo war denn die Gleiche? Wo war denn die Gleiche? Wo war denn die Gleiche? Wo? Also ich weiß Das gefühlt alle bis auf Lexi da oben waren Die sind nicht als so normal Ich glaube Phoebe nicht Ich auch nicht Ich wollte sie lassen Marco Jetzt lass einmal Conny rennen Okay, okay Pass auf Diesmal Marco scheint beim Downloads Leeren Ich habe schon wieder alle gebrochen Ach nein Ja, aber ich habe für Marco gewartet Conny Warte ich dann selber bei Downloads Ich bin bei Leon Das stimmt Dann ist das Licht rausgegangen Dann bin ich nach unten gegangen Ja und die war tot Ja und Leon war tot Richtig Ja, richtig Gehen wir halt jetzt einfach auf Phoebe raus Wenn es Conny nicht ist das Holz Ja, ja Raus mit dir, Marco Worte ich selber Und dann wieder Conny jetzt gehe ich auf K Och Mann Conny, vote schon auf Marco Das geht doch alle kacke, Alter Wenn das jetzt nicht ist Dann gehe ich zu Wenn das nicht ist, ne Oh Gott Ja Ich bin dann weiter damit Ich helfe Ey, diesmal habe ich dich wehs Ich kann nicht machen was Ja, toll So, jetzt hast du mal Farbe Conny Ja, lass mich doch mal jetzt hier erstmal einstehen So, jetzt kanns losgehen So, jetzt kanns losgehen So, jetzt gehts ja eigentlich auch nicht mehr im Post Ja, alles gut Das war zu geil So, ich mach das jetzt noch einmal So, ich mach das jetzt noch einmal Sind Visual Attacks, äh, Tasks aus? Weiß ich nicht Ja, sind sie Nein Ja, nein, ja Na, was denn jetzt? Ja, sie sind raus Tobi kommt Trash rein Ja, Tobi ist immer bei der Nacht Okay, wir sind eben Conny Guck mal, er ist jetzt zwei Runden dabei Hä, was war das denn für ein lautes Geräusch hier? Keine Ahnung Er war jetzt zweimal dabei und ist zweimal Imposter geworden Was ist das denn hier für ein Zufall? Ich bin jetzt hier acht, neun, zehn Runden vielleicht dabei Und war noch kein einziges Mal Imposter Da kommt Conny auf jeden Fall aus dem Elektro Kill Room Deswegen gehen wir da jetzt mal nachgucken Ob jemand tot ist Ne, ist keiner Egal Komm, töte mich Conny Ne, er guckt mir zu Der kleine Oh Der kleine Fratzi Ist da jemand? Ne Ich dachte vielleicht Ist da irgendjemand? Ne So, wir laufen weiter Immer, immer weiter Ist jemand tot? Ne, da ist auch keiner Hier ist auch niemand Licht ist wieder aus Okay, okay, komm, gehen wir nach unten Gehen wir nach unten So, ich guck hier Super Ist jemand tot? Ne, da ist keiner Da ist auch keiner Och man, jetzt muss ich schon wieder hier hoch Okay, diesmal habe ich hier auf jeden Fall einen Verfolger Hinter mir So Öl einfüllen Power ist an Power ist an Und dann muss ich mal eben Oh, da ist Föber rausgekommen Okay Dütz Wieso Föber? Oh, warte ich warte auf Conny Da, 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 da Wir sind eingeschwert Oh nein Oh nein Wir sind eingeschwert Oha, also ich habe den Tanker gefunden Wo denn? Wo denn? Bei Weapons beim Download Wo ist denn Weapons? Da, wo man mit der Rakete rumschießt Ach, ganz rechts? Ganz rechts Also Conny war es auf jeden Fall nicht Ich glaube nicht, dass es Conny und Moritz sind Weil ich habe Conny echt echt recht lange gesehen Aber halt ganz am Anfang nicht Also Das ist schon recht lange, aber Warte Hä, wir haben uns beim Beim Dienstag gesehen Ich habe Leon halt wieder umgebracht Und mich in Venti springen will ich Andere zu Moritz Oh man Hä Also Mark, ich kann gerade Weiß nicht Moritz und Conny im Wettbeer eingespürt Ja, aber Nur Kurz Das könnte auch Tarnung gewesen sein Ganz ehrlich Nein, aber Ich warte ja nicht mit euch Die Frage ist, ob Marco lieben würde, wenn wir jetzt Töten Ich hoffe mal nicht Das Ding ist Wo kamst du denn her noch? Du kamst aus Wettbeer Ich Einmal gesehen Und wolltest dir alles wieder einlassen Ich war nicht eins War die ganze Zeit rechts Und ist dann In Richtung Lacktwick gegangen Ja ist er Ich bin nämlich hingekommen Ist da irgendwie so ein Föhrer Auch da gewesen Hat Lacktwick hier gemacht Lacktwick Und dann ist ein Wettgehirn Ich hab dich nie gesehen, Conny Ich hab dich nie gesehen, Conny Ja, das Ding Ja, ich weiß, ich weiß Und dann ist er Wettbeer rausgekommen Da, wo die Stratten sind Marco, ist dir Lexi entgegen gekommen? Ich hab dich hier ganz ehrlich einmal gesehen Dann hat Lexi angeblich gelogen Nein, warte, ich bin Ich war dann noch bei Electric Dann bin ich zum Storys gegangen Da ist mir dann Tobi entgegen gekommen Dann bin ich nach oben gegangen Weil ich zu Weapons musste Und ich geh bei Und ich war zu sch- also Naja, ich war Ich hab Tobi gesehen, wenn den Ad man rein hat Da gedown oder uploadet da Und bin dann nach Zu Weapons gegangen hoch Können sich eigentlich überhaupt Zwei Personen scannen lassen? Auf einmal nicht, ne Naja In einem Spiel meine ich jetzt Das ist ein bisschen Ja klar Ja, warte, es gibt Es gibt Es gibt Also es können ja halt eine Person Warte safe Warte safe Warte safe Warte safe Weiß nicht, ich bin eigentlich eher Für Marco Ja, das kann doch Marco sein Oder Lexi Ja, aber Noch Tendenz ist eher bei dir Ich Weiß nicht Er hat ja nicht einmal gesehen Nimm ich auch nicht Aber Lexi hätte vielleicht auch Lügen können Wer weiß Wer weiß Wer weiß Leon wird Sich nur denken Boah, sind die dumm Dumm, dumm, dumm Dumm wie Brot heute wieder Unterwegs Als Conny wieder Ich muss hier mal eben Hier wieder Auffüllen Zack Und nach links Ja Conny, mach du das mal eben Ich mach hier eben Dings Super Task complete Äh Ist jemand Tot? Oh mein Gott Ich prank jetzt Dings Ich prank jetzt Conny Und sag ich bin tot Hahahaha 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 Fühlbisser Und was Oh, scheiße Ach gut Lexi lebt noch Lexi mach das Was ist das jetzt? Drei Zwei Eins Danke Hahahaha Schnell 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 da unten Ja, nein, nicht, dass die da hinten, nein, nach unten lauft, aber war klar, aber ich musste irgendwie killen, jetzt hast du ja hier oben gewesen, wenn du das. Na, guck mal, da war meine Tendenz natürlich wieder richtig. Nein, der hat einen Bauch gefüllt. Ja, moin, da war der Wendel. Ich war zu gut, ich musste es einfach machen. Es war einfach zu gut. Ja, aber du warst eine Sekunde zu langsam, Digga. Oder wollte ich den ersten killen, nachdem er es geschafft hat? Nein, ich wollte einfach nicht nur um killen. Hier oben, ach so, lol. Na, aber da bist du noch durchgekommen. Du warst Fein richten weg. Nee, ja, der hat hier noch nicht richtig gewendet, also so Wendel-mäßig, krass. Ja, hier war's noch richtig. Ach, schon wieder Crew-Mate. Ich werde heute keinen Potsdamer, oder? So, aber alle um rechts gehen, und die im Retten? Ja, ich gehe. Okay, komm, hier, hier komm her. Nee, ich muss nicht nach oben rechts. Ach, ging's schon hier. Naja, wir machen erst das hier. Hier machen erst das hier. So, wir gehen natürlich hier wieder rein, weil Wendel-Kill immer das Beste ist. Und während die Lichter aus sind, kann ich ja auch locker easy die Sachen hier machen. Weil dann sieht mich ja hier nur der Imposter eigentlich. Da muss ich nichts machen, ne? Muss ich hier was machen? Ja, hier muss ich auch was machen. Zack. Zack. Upp. Oh Gott, ich kann das doch nicht. Oh Gott. Ich muss mich hier echt anstrengen, Leute. Jetzt. Oh, super. Weg mit mir. Weg mit mir. Weg mit mir. Weg mit mir. Und da ist Fübel. Ich muss da gar nicht hin. Was machst du hier? Du machst da keine Ahnung was. Wer weiß, wer weiß. Ich bin wahrscheinlich jetzt tot, ja. War klar. War klar. Cool. Cool. Danke, Fübel. Ich wusste, dass du es bist. Du standst da so komisch herum. Das war echt seltsam. Wo liegt der Moritz? Hier. Fübel, wo warst du denn so? Ich war in Elektrik Eintrains. Nee, am Anfang. Erzähl mir mal die ganze Zeit. Am Anfang? Ja. I did go to Vaports and then to Navigations. Wo ist denn Reppens? Um rechts. Und hier. Weiter, weiter, weiter. Wo ist Reppens? Dann I go to Navigation and then I did go to Vaports and then to Navigations. Okay. Lexi? Ich war in der Cafeteria da oben bei... Weiter, weiter. Stell, 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 stell. Dann bin ich runter gegangen, weil dann das nicht doch schon... Oh, was? Aber Admin lang da. Admin, okay. Leon? Ja. Ich war oben in der Cafeteria, hab da mal Sachen gemacht. Bin dann in Admin, dann gingen da die Türen zu, dann konnte ich da nicht durch. Dann bin ich runter, hab in Elektrik meine Task gemacht, da hab ich bei euch Lexi gesehen. Ja, ja, und er hat Recht angebracht, um hinzukommen, deswegen kann das schon mit den Türen. Dann ging ich in Richtung Reaktor, da war auch ein Ziel zu und dann bin ich da hingegangen. Lass dich kurz reden. Marco ist Communication gewesen, ne? Und hat da kurz Tobi getötet, weil Tobi liegt in Communications. Warum warst du das? Ich hab mich einfach nicht reportet. Ich hab mich einfach nicht reportet. Wo warst du denn die ganze Zeit? Wieso war ich denn? Ich war Cafeteria oben, links und dann oben rechts. Dann hab ich Trash gemacht. Ich hab was gedownloadet. Was hast du gemacht, wenn das Licht ausgegangen ist? Oben links Cafeteria und dann oben rechts. Weiß nicht, was ich da vorgebracht hab, aber irgendwie auch nicht. Ja, ja, das passt, weil das war ganz am Anfang. Aber Führer ist der einzige, der den weggegangen ist. Ich war nicht im Kopf, vor allem. Ich war in Schildern, aber ich glaube, was ich da gemacht habe. Ach, Schilds. Ja, hab ich nicht angemacht. 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 Ja, also ihr... Ihr könnt jetzt euer Hirn gewarfen. Digga, warum glauben immer alle Conny? Der hat nichts gesagt. Es ist so wellendem schon wieder. Ja, warst du das nicht? Doch, aber es ist ja absolut wellendem. Du bist durch die Rechte, der bei Schilds gewesen ist. Das war... Ich seh Liam oben fast... Digga, Conny sagt, er geht nach Korb, nicht Tobi, aber die wollte ich nicht. Ist das dann einfach ein gutes Argument? Was ist denn daran absolut random, wenn du die einzige Route nimmst, wo du Tobi töten kannst? Die anderen beiden nicht. Ich hätt's dir auch sagen können, aber... Äh, Lexis. Ja, okay, sorry.